Hallo, mein Name ist Susanne. Ich wollte ein kurzes Video machen über meine Erfahrung mit dem Silenzius-Programm und die war wirklich positiv. Ich hatte etwas über ein Jahr lang so ein pulsierendes Rauschen in meinem Kopf und es klang so, wie wenn man sich eine Muschel anzuhätzt. Das klingt eigentlich jeder. Nur ein bisschen tiefer und manchmal war es lauter, dann war es wieder ein bisschen leiser. Manchmal war es auch komplett weg, aber es kam immer wieder und wenn es dann da war, dann hat es mich schon so genervt. Meine Laune war immer im Keller. Meine Freunde wollten schon gar nichts mehr mit mir machen. Und ich habe dann mit dem Silenzius-Programm angefangen und habe erstmal die Ernährungskur gemacht. Und dann habe ich auch die Checkliste für die körperlichen Ursachen abgehakt, bin das alles durchgegangen. Ja und das war es dann auch schon. Ich muss sagen, das Geräusch ist jetzt seit drei Wochen weg und seitdem kam eigentlich auch nichts mehr. Also ich musste auch nicht jeden Tag irgendwelche Übungen machen, habe ich zuerst gedacht. Aber nein, ich mache eigentlich gar nichts und das Geräusch ist also bis jetzt nicht wiedergekommen. Und ich lebe jetzt wieder mein Leben ganz normal und ich bin wirklich, wirklich total glücklich. Und ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach ist. Also vielen Dank für das tolle Programm und ich kann es eigentlich nur an jeden Betroffenen weiterempfehlen.